Hallo! Hallo! Und damit willkommen zur Tumschwärminas. Tumschwärminas regt sich auf. Super. Fuck! Show, wo wir oft über Essen reden. Schon wer wollte uns von seinem Frühstück erzählen? Weißt du, warum ich das sage? Weil ich tot bin! Dumm bin! Nein. Ich bin volles Mal. Ich habe heute den Preis für smartesten Mongo des Dschungels bekommen. Das war voll einfach. Oh, ich bin mir ziemlich sicher, dass du weißt, dass ich nicht frühstücke. Da schauen wir nur? Ja. Wie komme ich durch die Wand? Ich kann so gesehen frühstücken. Wenn ich zu oft frühstücke, bekomme ich. Und es wird immer schlimmer, je öfters ich frühstücke, ein Übelkeitsgefühl. Ich habe, glaube ich, gerade hart scheiße geworden. Weiß ich gar nicht. Die Sache ist, geh einfach mal so durch. Die meisten Level waren ziemlich easy ohne den Tumor zu bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich noch mag, schon wer. Ja, ich meine, sag mir was Neues. Ich hasse nie. Die Sache ist, das meiste von dem Zeug kannst du überspringen, weil du ja nur irgendwo lang bist, um Schnitzel zu bekommen. Weißt du was? Da haben wir recht. Da zum Beispiel. Jetzt musst du nicht nach oben, sondern kannst einfach nach rechts. Ja. 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 Taiming. 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 Wenn die Kanone oben ist, muss ich nicht ausweichen. Dann kann ich nämlich... ... und dann muss ich einfach hüpfen. Mach mal hüpfen. Und dann... ...und dann... ich habe ja richtig ich weiß nicht ich glaube er ist machbar ja aber aber du siehst womit ich mich hier abgeben muss mit popis meli popi popi wolke popi stinky das heißt ich muss abspringen irgendwann irgendwann irgendwo pass auf nein jetzt kommen die ficker ich habe schon wieder vergessen deshalb ist es gut dass du alles noch mal machen wolltest ja 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 und wollte das ist eine gute frage wir probieren es aus das ist ein wunner biede geil willkommen zu einem ein wunner biede geil die blöcke bewegen sich da immer noch und ich frage mich was zu machen nicht hier ist du kann ich von denen mehr sporen oder kommen die vier ich sehe ich weiß nicht was du jetzt machen ach hochgehen nicht wissen ob jetzt irgendwas bis ich dann hier bin aber man meint da ist auch vielleicht irgendwas wir sind schon im secret wir brauchen das ist doch ganz schlecht wenn ich das mache das ist wirklich ein wunner biede gugi die dinge haben wir nach oben ich habe ein secret gefunden im secret ja ich bin gerade abgelenkt was wo oben bin mein gott ich sehe es auch scheint relativ easy zu sein und jetzt okay nicht jetzt glaube ich habe mich auch erstellt gespielt ich warte jetzt erst mit dem typ bevor du dir die arbeit machst also das ist auch freunde er ist ja ich glaube ich muss gar zu gehen ich habe nicht viel wahl ich habe auch keine wahl ist voll traurig ja ja möchte wirklich mit dem reden oder ich glaube der will nicht viel zu halten ja also wie die letzten mal das sagen ich kann es einfach unter naja ohne ohne dampf du hast überlegt in meinem kopf warst du tot nein das luchti den lutscht und bringt mich zurück es ist die frage was ist wenn man unten lang geht oh ja oh ja ich habe es zu uns verdrängt ich glaube ich habe den leichen weg jetzt als erstes genommen wenn ich ehrlich bin das ist aber echt ganz gut dass du noch mal was machen musstest ja das ist super oder mit 20 jetzt meine ich einen in einem secret und noch ein extra tumor ich habe angst nee komm bitte mit easy 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 fuck ich darf nicht das siegen wäre bevor ich einen tumor habe timing 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 ist super easy hast du gesehen wie gut ich bin 3 3 gut das ist ohne scheiß einfach 10 mehr Tumor 11 11 11 11 ne das eine war ja eine cutbitch ich verstehe sie das Problem 6 mehr Tumoren geil das hast du viel wie du vorhin gesagt hast ne das habe ich beim ersten mal geschafft darum habe ich jetzt gedacht ja dann geht das jetzt mal ja ich glaube Sushi ist mein neues Lieblingsessen übrigens schon wieder das war es doch schon vor einer Stunde Ja, aber es ist halt so geil. Es ist so geil und ich bin zu schlecht, es selber zu machen. Vielleicht wirst du besser, wenn du dümmer wirst. Nee, ich hab ihn besucht. Schau mir immer mit dem Brett gegen den Kopf. Ja. Hast du vor allem Mochi gegessen? Nee, aber ich weiß, dass die Teufelsfrucht nicht so gut ist. Aber der Typ, der sie benutzt, so gut ist, dass sie trotzdem funktioniert. Und nein, ich spoilere dich jetzt nicht, weil ich selber noch nicht so weit geguckt habe. Okay, ich hab keine Ahnung, wovon du gerade geredet hast. Weil ich merke mir Dinge normales nicht. Weißt du, ich kann mir irgendwelche Sendungen, oder wenn ich mir so eine Sendung anschaue, dann merke ich mir relativ wenig eigentlich. Wenn ich sie mir aber nochmal anschauen wollen würde, dann weiß ich beim Schauen alle schon, weil ich ja mal gesehen habe. Und das ist ganz komisch. Ops. Weißt du nicht? Ich bin unsicher. Wir sind nicht nach links, das ist jetzt nicht so... Da war nur ein Tumor drin. Und den habe ich schon. Wieso merkst du die Dinge? Geht sie gut? Weil wenn ich es mir nicht merke, dann muss ich die ganze Scheiße nochmal machen. Ja, aber da ist doch der Spaß. Fuck you! Nicht du, du auch. Von welchem links reden wir jetzt? Links oben oder links unten? Beides. Links oben wäre ein Schlüssel. Aber den habe ich quasi gerade dabei. Du weißt wirklich, was er gerade gemacht hat. Gerade ist gut. Da komme ich bestimmt durch. Pass auf, wie krass ich bin. Ich war mir jetzt einfach... Scheiß auf, Fast-Stratz. Du bist echt doof gekommen. Nehmen wir überleben, Strats. Jetzt kommt hier an meine Lieblingsstelle, der absolut nicht langsame Behind-Block. Uwuh, uwuh. Nein, nein, nein. Du hast mich gerade totgeuhut fast. Nee, ich habe dir Energie geschickt. Das glaube ich nicht. Wenn du das jetzt alleine machen müsstest... Ah ja, der hat keine Chance. Ich glaube immer noch nicht, dass ich den bekomme, schon mal. Weißt du, es liegt daran, weil du nicht an die Kraft aus dem Inneren glaubst. Ja, aber guck dir das nochmal an! Ich würde auch nicht dran glauben, wenn ich das sehe. Also ich... Ich glaube, der ist so nicht machbar. Da gibt es einen Trick, aber ich weiß halt nicht. Was für ein... Geht das weiter nach oben? Nein. Ich glaube, der Trick ist einfach, gut zu sein. Ja, aber so gut ist doch kein Mensch! Und neben dem Gutsein genau das perfekte Timing zu erwischen, wo die so ein Chance für mich ist. Warte, unten lang waren wir noch nicht fertig, oder? Du bist derjenige, der sich Dinge merkwürdig. So viel kann ich mich auch nicht merken. Das ist schon zu neu im Gedächtnis. Ja, richtig! Das ist ein Kurzzeitgedächtnis, da geht nichts. Spring! Spring nochmal! Aber ich glaube, wir haben hier noch nicht alles. Ich meine... Es gab noch diese komischen Blöcke, wo du nicht weiterkontest. Weil die Wand... Oh nein, Stanley! Ling Ling ist wieder da! Nicht Ling Ling! Nicht Ling Ling! Ich geh einfach so um. Nein, Gott, nein, Gott, nein. Ling Ling ist aber auch schlecht! Ling Ling, bitte nicht! Das hat er gehört. Wie kann der durch sein? Die Schlitzis, was für Aua! Das denke ich mir auch immer, aber so langsam... Ling Ling, warum hast du mich? So langsam glaube ich, dass die Schlitzaugen gar nicht dafür das nennen, um zu hören. Die... Das war jetzt rassistisch, darfst du ja nicht Schlitzaugen nennen. Die hören lieber auf Schlitzi. Also, tut mir leid, ich nehm's zurück. Aber so langsam... Was denn? So langsam glaube ich, ja. Ah ja, hier sind wir nämlich oben abgewogen. An dich und deine Fähigkeiten, dieses Spiel zu schaffen. Ja? Was so krebs? Äh... Was passiert jetzt hier? Das ist weiß! Jetzt hast du die Power, die du brauchst. Ja! Ich weiß nicht, was ich... Aber ich bin nicht oben lang gegangen. Hm. Fuck it. Hast du jetzt einen Körper? Was fehlt dir noch? Äh... Ich glaube, das war das Herz, das weiße Ding. Also, eigentlich... Du, Sackio, geh doch nach Hause! Cool. Hä? Hä? Weißt du, war das Scheiß auf Place, Buddy? Ich verpiss mich. Was kannst du? Äh... Du! Du! Äh... Ich weiß nicht, ob der mich meint. Äh... Hunger! Ja, ich auch! Meistens! Näh! Äh... Äh... Must be blood. Must be fresh. Arr... Feed me! Ich würde dir in die Eier treten, wenn ich wüsste, ob du euch hättest. Trett Eier! Fertig! Oh! Ja, mehr braucht man, ne? Mehr als fertig! Ja! Das ist auch alles über... Zu viel. Und jetzt? Oh! Das sieht nicht gesünder aus. Ja! Jetzt brauche ich dich nicht mehr! Oh! 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 Wobei der eigentlich, der ist eher so ein Mutti-Freund. Ja? Last night was amazing! We have so much in common, you and I! And it was great! The whole night was great! So I took some pictures, you know, just to remember all of the great times we had. Das sieht aus, als wollte er ja nicht essen. Oh, guck mal, da lächelt er, weißt du was? Nee, warte. Oh, ich liebe den schickigen kleinen Link, den du in der letzten Bilde gemacht hast. Er will ihn essen. Oh, ich kann wirklich nicht glauben, dass wir beide Videobeschichte und Fliege lieben. Was sind die Chancen davon, oder? Ich habe Angst schon. Oh, ich habe meine Gefühle. Aber die mögen beide wieder spielen. Okay, dann ist es gut. Okay, dann ist es gut. Ich gehe zum Bett. Mein Kopf ist immer noch aus dem Gewicht, das wir trinkten. Es fühlt sich nicht, als ob du etwas in meinen Trink trinkst. Wie, wie, wie fühlst du dich? Hast du so gute Zeit, wie ich es hatte? Dann können wir uns darüber reden, um es zu Hause zu reden. So, was ist das? Was soll ich nicht jetzt drücken? Du magst mich so, wie ich dich mag? Nee. Hey, ich habe keines gemacht! Ich glaube, ich hatte keine Wahl. Fies. Huh? W-what? Oh. Oh. Fuck. Fuck. What the fuck? Das passiert mir auch immer. Ja, erst gestern. Amerika! Wer hat das nicht gesprochen? Warte! Hä? Heißt das, ich muss jetzt alles nochmal aufschweren machen. Glaube ich nicht. Wie? Ähm, wie lange ist die vor? Noch keine 20. The fuck, guckt ihr das mal! Ich habe jedes Mal ein anderes Gesicht. Ähm. Ich glaube... Hast du gerade den Geist gesehen, als ich... Ich verliere jetzt Leben. Oh, hol dir nicht das Cartridge-Ding-Spiel an. Nicht die Cartridge! Ja, jetzt sind die Tumoren, die leben. Ähm. Nein. Okay, ich kann dir zurückdrücken noch. Kannst du mich am Arschlecken spielen? Wuhu! Ähm. Ähm, ja. Und ich... Ich glaube, ich habe das Spiel mit Leben. Geil! Bisher ist das Spiel ja doch easy, würde ich sagen. Das ist das erste. Ich bin kein einziges Mal gestorben, als ich gespielt habe. Ja? Äh, oh. Äh, oh. Sie verarschen. Okay. Ähm. Ich glaube, da haben wir ein Secret, aber jetzt da, wo scheinbar keine Tumore mehr hier sind. Fick dich. Es gibt nur noch Spiele, äh, Secret wahrscheinlich. Und wenn du Spiele einsam bist, heißt das, dass du mehr Content hättest. Und das ist, glaube ich... Nicht das, was du willst. Nicht, was ich will! Oho. Ich meine, das Spiel ist bestimmt gut und so, aber... Achso. Ja. Ha! Oho. Nee! Hast gerade du das Geräusch gemacht. Welches? Okay. Es macht manchmal Geräusch. Ich weiß... Ohohohoho. Ich weiß nicht, ob ich soll... Links? Sobald ich will. Jetzt will ich. Äh. What? Was für ein Gespack denn? Ach, guck mal, wie langsam die sind. Ach, nichts Problemo. Nee. Muss wahrscheinlich los, wenn's rechts ist. Und dann... Oh, nee. Aua. Ich hasse die tote Welt. Ich hasse die tote Welt. Dann sterbe ich. Wie? Sag ich's nochmal, du musst wahrscheinlich, wenn's rechts ist, los. Ich versteh deinen Concern. Wow. Ich komm nicht ab, lass die da oben ran. Oh fuck, ich hab verkackt. Warten wir. Ich hab 260 Leben. Ich hab 259 Leben. Du... Ich war zu schnell. Jetzt bist du in deinem eigenen Kopf drin. Jetzt... Jetzt gibt's ein Problem. Lebe ich hier? Huuu. 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 Ich darf klettern. Möglicherweise nicht sehr smart gerade, aber... Du bist auch gerade in der Stresssituation. Huuu. 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 Ich hab hier... Ähm... Die Leben reichen nicht schon. Wer... Die Leben reichen nicht. Wenn du so weiter wasst? Oh! Kannst du immer ein bisschen Freundschaftsabstand halten? Ich weiß nicht, wie ich da hoch hab, also fuck you. Oben ist eh bestimmt nur ein Game. Ein Geim. Ein Video-Geim. Nein! 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 Du wüsstest auch gar nicht, wie weit das Ganze geht. Fisst euch doch... Ave Maria is the best! Yo! Oh, hallo dicker Freund. Weißt du, deswegen mach ich Fette nicht. Ich sag, Hundi... Bitte? Achso. Oh. Hey! Sag mal, nicht so frech, ja? Ja, jetzt... also... Das war jetzt... guck mal, wie viel niedriger das nicht war, weil die langsam nach oben steigen. Glaubst du, ich schaff das mit 100 200... also mit über 200 Leben aus dem ersten Jahr mit? Ich kann nicht bis händen springen, ich muss... ich hätte irgendwann abspringen müssen, oder? Ja. Aber wann? Das sind überall dicke Freunde, die blödig gucken. Ich glaub zwischen Fatboy und nicht so Fatboy. Weil der dahinter ist auch ein bisschen höher. Ach komm, kotze deine Mann. Nee, Pisse, Kacke. Also wirklich kotze, Pisse, Pisse, Pisse. Hallo, ich hab abge... Mann, schon mehr, ich will nicht, dass ich Leben fähre. Ich hab noch nen Schlüssel über... Au! Immerhin hast du nen Schlüssel? Schon mehr? Ja. Wenn ich das Spiel nicht schaffe, weil mir die Leben aus sind, dann ist mir das egal. Ach so. Ähm... Du warst zu spät! Oh, oh, warte. Wragest du, was passiert, wenn ihr Leben ausgeht? Ob du dann von vorne mitgehen musst, oder? Dann hab ich ja keine Geister mehr, dann kann ich weiterhelfen. Also das ist nicht, was ich wirklich glaube. Weißt du, dass ich die rote Farbe... Die rote Farbe im Hintergrund, die ich mag? Du hoeren Kind! Das sorgt auch dafür, dass du mehr Stress hast. Nee. Hast du gesehen, der fette Junge wieder langsam ist, weil der fette ist, der war Sport bestimmt nicht gut. Ey! Die Entwickler haben bei GDQ mal darüber geredet und so. Über dieses Spiel, dieses wundervolle Spiel. Und das ist halt auch wirklich dafür da... War Edward Mackey die Kali da auch dabei? Weiß ich nicht, aber es wurde halt von der Musik auch klassische Dinge ausgewählt, einfach nur, weil es stressiger ist. Weil die halt so immer schneller wird und bla. Jedenfalls... Kann ich hier einfach wohnen? Kann ich... Wieso wollen hier nicht meine Freunde sein? Oder wollen die zu viel meine Freunde sein? Ich weiß das nicht. Ich glaub, die wollen an deinem kleinen Zeh nuckeln. Aber wir wissen alle, der großen Zeh... Da ist die Nuckelei dran. Ich wollte nach dem letzten Screening die Folge beenden. So. Ups. Gleichheitsfehler werden hier meiner Meinung nach mehr bestraft. Dadurch, dass ich scheiße bin! Ach so. Wo? Wo? Da fand ich frech. Wo? Also... Engwisch 9. Ähm. Gibt bestimmt wieder so 30 oder so? Ja, mach mir Hoffnung! Ähm... Weiß, was euch die Folge gefallen hat, dann doch bitte positiv in den Werten kommentieren und abonnieren. Schaut euch schon wieder vorbei. Das ist nicht einfach. Bis dann wieder in den Schreibtischen. Ja das. Bye, bye! Bis zum nächsten Mal.